Hallo, willkommen in meinem Kanal und Küche. Heute ich bereitete ein herrliches Winterwissne-Kompostrezept mit einer sehr praktischen Methode. Nach diesem Rezept erhalten Sie keinen fertigen Fruchtsaft mehr. Und wenn Sie die Sonne an einem kühlen Ort speichern, können Sie es für zwei Jahre intakt halten. Ich empfehle Ihnen, mir zu vertrauen. Jetzt verbrachte ich die Reben ersten 1-2 Mal kalten Sudern. I dann auf diese Weise extrahieren. I verschlechtern sich nach der Extraktion von Wissne. Weil es Blattreste sein kann, ob sie extrahiert werden wollen. Ich benutze drei Flotten für mein Rezept. Wenn Sie möchten, können Sie diese Maßnahme multiplizieren und reduzieren. Ich extrahiere nicht unbedingt die Kerne beim Extrahieren der Elemente. Ich extrahiere die Stammteile zusammen mit den Kernen. Diese Methode ist wirklich sehr praktisch. Ich wäschte die Menge an Wasser 3-4 Mal schön nach dem Auszug der Kirsche. Wie Sie gesehen haben, gibt es absolut keinen Rückstand oder Blattrückstand. Im Now-Infining-Wissne. Ich fülle es in die Flaschen. Sie können auch Ihr Eis speichern, indem Sie in den Kühlschrankbeutel füllen, nachdem Sie die Wissne auf diese Weise extrahieren. Aber diejenigen, die keinen Platz im Eis haben, können sicher für den Winter speichern, wie ich es tat, indem ich in der Dosenflasche füllen. In dieser Phase können Sie eine Menge Flaschen zu füllen. Die Flaschen bis zu sehr mund. Ich fülle die ohne. Ich nahm sofort den Rand nach dem Befüllen der ersten Flasche. Wie weiterhin den gleichen Prozess bis zum Ende. 3 kg von 3 kg bis 1 kg. Zwei Stück halbgewichtiger Dosen Glas. Nach Zugabe von Zucker, füge ich jetzt Trinkwasser auf der Kirsche hinzu. Ich verwende Trinkwasser bei normaler Raumtemperatur in dieser Phase. Ich verwende definitiv kochendes Wasser. Addis Stage, Let's Not Filti Wotajar Wald Hiltemund. Lass uns den Raum füreinander verlassen. Ich bin sicher, Sie haben mein Rezept, indem Sie über alle Tricks, die ich gegeben habe, Sie werden sehr zufrieden mit dem Ende. Nachdem ich kleine Gläser mit Wasser gefüllt habe, habe ich den Mund aller Gläser mit einem Papiertuch gründlich installiert. Lassen Sie uns in dieser Phase die Abdeckung schließen, nachdem die zukünftigen Teile der Abdeckung gründlich getrocknet werden. Lassen Sie uns auch neue Abdeckung bei der Vorbereitung solcher Dosenkompression verwenden. Ihr erhalten die Kanten nach dem Schließen der Abdeckung des ersten Glases. Ich bereite andere auf die gleiche Weise vor. Wenn Sie mein Rezept nicht genau hier und wie es beobachtet haben, vergessen Sie bitte nicht, eine Überprüfung zu tun, wenn es nur klein ist, um die gleiche Taste drücken und immer noch meinen Kanal abonnieren. Wenn Sie den Notrufring öffnen, können Sie es neu teilen. Diese Rezepte werden sofort zu Ihnen kommen. Nachdem ich den Deckel der Gläser geschlossen hatte, kaufte ich einen tiefen Topf. Jetzt die Gläser in der Reverse-Tänzere-Pfanne. Dann fülle ich das kalte Wasser bis zur Hälfte der Gläser. Addis-Stage, Idon-Duse Safe-Water Sonst können deine Gläser knacken. Nachdem ich den Topf auf diese Weise mit kaltem Wasser gefüllt habe, öffne ich das Gold des Ofens und lasse kochen. Nach dem Kochen koche ich 25 Minuten lang. Dann schließe ich das Gold des Steinbruchs und ich bekomme die Flaschen aus dem Wasser, bis das Wasser vollständig abkühlt. Ich kochen auf diese Weise nicht. Wenn Sie versuchen, kochende Flaschen aus dem Wasser zu nehmen, wird die Abdeckung leicht geöffnet. Warten Sie nie, bis das Wasser gut abkühlt. Barkin Ich warte 3-4 Stunden nach der Aufnahme des Ofens auf die Flaschen im Wasser. Ich erwartete das Wasser im Wasser. Das Wasser wurde nun abgekühlt. Ich lösche die Flaschen aus dem Wasser mit einem solchen Tuch. Ich versuche, meine Rezepte mit allen Tricks zu erzählen. Aber Sie können mich auch im Kommentarbereich fragen, ob es einen Punkt gibt, nachdem Sie suchen. Wenn ich sehe, werde ich sicher zurückkehren. Ich habe alle Gläser aus dem Wasser entfernt. Ich will dir die Schönheit der Farbe zeigen. Es sieht wunderschön aus der Realität aus. Sie werden sicherlich nicht bereit furchtshaft nach meinem Rezept. Und ich bin sicher, dass es viel schmackhafter ist als fertig gemachte Wasser. Now trinke ich den Gläsernsaft. Ich werde die Kompression vorbereiten, indem ich den Deckel eines der Gläser öffnet. Kalan Jars wird auch für den Winter speichern. Nach dem Entfernen dieser Gläser aus dem Wasser, legen Sie es auf die Arbeitsplatte und lassen Sie es für eine Nacht. Überprüfung am Montag Wenn Sie die Abdeckungen halten, können Sie es für den Winter im Herzen und trockenen Platz speichern. Ich öffne den Behälter. Nach dem Öffnen kaufte ich die Kirsche im Topf. Ich addiere Wasser zu einem Glas voll. Und ich füge einen halben Teelöffel Zucker hinzu. Nach Zugabe von Zucker mische ich es mit dem Löffel und nehme es in den Topf. Nach dem Kochen werde ich 15 Minuten kochen. Dann fülle ich das Wasser in eine Bar und lege es mit den Körnern zusammen, wenn du willst. Dann werde ich mit den Körnern zusammenstellen. Ich werde mit dem Korn zusammenstellen, wenn sie von ARD Wir kochen die Pflanze für 10 Minuten wollen. Dann wartete ich völlig vom Herd. Ich bereitete die Präsentation nach dem Kühlmittel. Sie betrachten die Pracht von Rengine? Definitiv instabil sieht sie rot aus. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie mein Rezept mögen, vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen, die Sie sehen möchten. Übrigens können Sie Kompressionen für den Winter vorbereiten, indem Sie verschiedene Früchte anstelle von Wisne verwenden. Hier kamen wir zum Ende eines schönen Rezepts. Vielen Dank, dass du mich beobachtet hast. Bekam mit Liebe in meinen Rezepten. Viel Spaß! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.